Intro Hi und herzlich willkommen hier wieder zurück im neuen Raid aus Patch 7.3 bzw. veröffentlicht und das nochmal in aller Deutlichkeit wird er erst mit Patch 7.3.5 aber wir sind wieder in Antorus, der brennende Thron beim letzten Mal haben wir uns ja schon einige Ebenen dieser Instanz angeschaut und bei den Bossen waren wir da quasi an den Locations zumindest die Bosse selber waren nicht unbedingt immer da aber an den Locations von den ersten sechs also die Hunde haben wir glaube ich sogar gesehen dann gab es noch ein paar andere Portalkeeper Eonar ist uns begegnet und ja dieses Mal sind wir bei Boss 7, 8, 9 und 10 den letzten Boss sehen wir nicht aber die anderen vier sehen wir und da sind auch einige interessante Faktoren mit dabei sehr sehr viele interessante Lore falls ihr euch dafür interessiert das Ganze wird hier gemütet sein in diesem Video es gibt aber ein separates Video wo ich die Lore-Teile auf Deutsch spielen lasse wo ihr euch das alles anhören könnt was da gesagt wird sehr interessant nun geht es aber los hier mitten rein in den Strand zum Kinn-Garoth wenn ihr euch dafür interessiert wer das überhaupt ist ihr seht hier er hat quasi jede War Machine also jede Kriegsmaschinerie der Legion designt und das finde ich ist ein ganz interessanter Boss mal abgesehen davon dass auch die Location drumherum und davor schon ganz cool aussieht hier zum Beispiel diese ganzen War Machines die wir hier auch sehen die wurden halt alle von ihm designt und von ihm gemacht ich hoffe die decken mich hier nicht auf das ist nämlich dann so ein bisschen cooler natürlich so vom Durchgehen her wenn man hier so ein bisschen schön durchgeht oh da wurde ich aufgedeckt schade naja also da vorne ist auf jeden Fall der Boss und wir teleportieren uns mal zu ihm zwar werden wir auch da direkt wieder weggeflext aber können den Boss zumindest mal engagen und mal angreifen ja da sehen wir ihn oh jetzt ist er auch leider dann weggegangen aber ihr habt ihn ja kurz gesehen und ihr seht auch dass um ihn herum so ein Kreis ist bedeutet also wahrscheinlich dass der Raid sich um ihn herum verteilen muss und dass man dort halt steht um den Boss bekämpft also ähnlich wie zum Beispiel bei Alakir aus dem Thron der Vierwinde falls ihr euch daran noch erinnern solltet da ist er auch wieder der Gute so sieht er also aus ihr seht schon er hat auch an seinem Arm an seinem linken so ein Kriegsmaschinerie-Ding dran ja anstatt seines Arms und ist insgesamt auch ein bisschen seltsam anzusehen aber ganz cool und ich hoffe auch mal dass der Encounter selber cool nach Kingaroth nach diesem ganzen Grün kommen wir dann hier in ja eine Tempel-ähnlichere Sektion die Vindica ist uns dann immer behilflich deswegen sind hier auch wieder diese Beacons diese Siegel die uns dann hier zur Verfügung stehen und wir sehen jetzt zum ersten Mal hier eher titanische Wesen also diese ganze Instanz ist nicht nur einfach voller Dämonen natürlich sehr viele Dämonen ist halt die Legion ja wenn da nicht Dämonen sind aber wir sehen hier zum Beispiel auch dunkle Wächterinnen und hier irgendwie so einen eher titanischeren Wächter der die Türen dieses Tempels hier bewacht die Türen gehen übrigens erst dann auf wenn man den Wächter dort besiegt hat als nächstes sind wir bei Varimatras Varimatras ist ein Boss den ihr vielleicht schon kennt der war nämlich in Warcraft 3 zu dieser Zeit als die Legion schon mal angegriffen hat war er damit beauftragt die Armeen der Legion zu befehligen und konnte den Lichtking allerdings nicht aufhalten weshalb er ein Bündnis mit Sylvanas eingegangen ist daher kennt ihr ihn vielleicht auch er stand neben Sylvanas neben ihm Thron und so weiter und so fort ist aber dann doch irgendwann mal wieder weg wurde aber hier bestraft er wird nämlich momentan gefoltert ihr seht das vielleicht auch seine Haut ist weg die wurde ihm weggenommen da oben stehen nämlich seine Wächterinnen das ist der Boss danach die werden wir gleich auch nochmal richtig sehen das sind so Shivara mit 6 Armen und das hier unten ist quasi seine Folterkammer er hat auch hier wiederum kann ich nur nochmal wärmstens die Lore Texte empfehlen die im Extra Video zu sehen sind als nächstes geht es dann wieder hoch wir verlassen Warimatras gehen die Treppe hoch und kommen dann zu seinen Wächterinnen die ihn wie gesagt bewachen während des Kampfes mit Warimatras machen sie übrigens auch spöttische Bemerkungen über ihn aber auch über uns die sind jetzt auch nicht so uns besonders gut gesonnen da sehen wir sie eigentlich sollten das 4 sein ich weiß nicht genau wo die 4. ist vielleicht kommt die später dazu das könnte sein ja wird man sehen oder man sieht sie hier irgendwo noch die sind dafür verantwortlich und auch das erfahrt ihr aber in unseren Lore Texten dass die halt versuchen die Seelen der Titanen die hier an den 4 Ecken ihr seht das in diesen Statuen eingepfercht sind dass die die überwinden und dass die dann letztlich versuchen die zu brechen um deren Macht zu nutzen um auch Argus also die Weltenseele dieses Planeten von Argus ihrem Willen zu unterwerfen wenn man die 3 oder vielleicht auch 4 wer weiß das schon besiegt hat und davon abgehalten hat zumindest hoffe ich dass die Seelen der Titanen zu brechen drängt man weiter tiefer in diesem brennenden Thron hier vor auch da natürlich noch immer das Thema wie schon vorher nicht mehr ganz so legionslastig man ist nämlich jetzt vorgedrungen in die Kammer der Weltenseele also die Legion selber hat es geschafft zur Weltenseele von Argus vorzudringen ihr habt ja gesehen was sie mit dem Planeten gemacht hat und die wird allerdings natürlich bewacht vom vorletzten Boss da seht ihr auch schon beziehungsweise hier nochmal ein dunkler Wächter Natzen habe ich das Gefühl und dieser dunkle Wächter hier Aedis der hat sogar einen Namen keine Ahnung ob der irgendwer besonders ist bewacht aber den guten Agramma Agramma wie gesagt selber früher ein Titan und jetzt gegen uns auch hierzu wiederum verweise ich nochmal auf das Lore Video beziehungsweise auf den Lore Teil des Videos hier geht es ja nur um die Optik ja hier final findet dann der Kampf gegen Agramma statt dahinter ist die Weltenseele ich weiß nicht genau ob Sagras in irgendeiner Form hier in dem Kampf noch Einfluss nimmt beziehungsweise danach noch irgendwas passiert irgendwie ein Event passiert womit dann die Weltenseele ja verunreinigt wird dass sie sich dann doch gegen uns stellt beziehungsweise kann natürlich auch sein dass wir einfach bei der Weltenseele gar nicht mal gegen die Weltenseele kämpfen sondern gegen irgendwas anderes ich weiß nicht hier steht halt nichts drin Bound Broken also ne da steht halt nichts wirklich dazu drin was damit jetzt zu tun hat sondern nur eigentlich ja der Loot das ist doch mal nett dass der Loot wenn es drin steht aber mehr halt nicht das war der brennende Thron hier und die Optik des brennenden Throns ihr wisst also der Anfang macht das Video vom letzten Mal mit dieser großen großen Zone draußen danach geht es dann aber tiefer rein in ja Feldtempel könnte man sagen bis wir dann endlich in diesen Teil der Instanz kommen der doch dann wieder ganz anders aussieht und auch gar nicht mal so viel Trash hat wie ihr jetzt hier gesehen habt zum Beispiel vor dem anscheinend nur einen Trashmob der es vielleicht aber in sich hat weil er hat einen Namen das ist immer ein schlechtes Zeichen in diesem Sinne danke ich euch allen hier fürs Zuschauen schaut auf jeden Fall in das Lore Video ich weiß manche nerve ich jetzt inzwischen schon aber muss man machen und abonniert unseren Kanal das natürlich sowieso immer super gerne bis zum nächsten Mal euer Venian Tschüss 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 Tschüss